Hmm, ob das eine gute Idee ist? Katie? Ich habe keine Idee, dass ihr zwei so gut waren. Sie hat sie? Wie ist das die Kontakte der All-Heroes-Kontest? Das ist nicht. Die Kontakte ist noch ein Geist und ich muss noch den gewinnen, die Best-Representen Blackwell bezeichnen. Ich habe alle Fotos, außer eine von Max. Ich gebe dir ein ein-ein-Wertes-Sneak-Preview von Max. Selfie. Hör, du gesehen hast meine Entrie. Du weißt, es ist besser als das. Würde es so cool sein, dass wir zusammen in San Francisco sind, Marc? Bist du mit Mr. Jefferson, Victoria, bitte? Und, äh, ich habe noch nicht einen gewinnen. Du magst meine Arbeit, also nicht wie du spielst. Fähig mal, wenn du meine Fotos wählst. Wir müssen uns viel Zeit zusammen spenden. Das könnte sein, nicht wahr? Ich denke, dass du nicht so gesagt hast. Du könntest gerne mich wählen. Insofern würde ich sagen, dass du die Leute möchtest, dass du meine Fotos wählst für ein favorit oder was. Als ein favorit zu deinem Zukunft, ich will auch das unvergültige Angelegenheit. Diese Gespräche ist offensichtlich vorbei, Frau Chase. Ich sage, dass du zurück nach deinem Dorn bist. Warte! Ich nur... ... 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 Das ist, wenn ich denke, Victoria kann nicht mehr Evel sein. Die Scheiße wird in Blackwell verhören. Lass uns das finden. Was ist Victoria bloß für ein Mensch? Also ich... Weiß ich nicht. Ich meine, solche Menschen gibt es ja, aber ich verstehe diese Leute nicht. Chloe, der Keymaster. Du weißt es. Ja, das würde Max ja zum Gatekeeper machen. Du weißt, ich weiß nicht, wir sind schon in so viel Probleme. Du kannst mich immer wiederholen, wie du mit der Weed hast. Ich bin ernsthaft, wir sind keine Kinder mehr. Wir sind und entgegen. Wenn ich eine Key habe, wie kann ich es entgegen? Ich kann... ...ein... Ich bin ernsthaft. Wir könnten in der Jäule gehen. Nicht, wenn ich mich mit der Head of Blackwell Security verhören. Step-Shit wird nicht in die Hand von der Polizei. Also, wir sollten besser wissen, was in der Principal's Office ist. Du kannst dich wiederholen, wenn wir getroffen werden, oder? Du hast verrückte Macht, Max. Aber meine Macht haben nicht geholfen, Kate. Vielleicht habe ich es selbst. Komm schon, eine andere Tür und unser Arbeit hier ist fertig. Ja, beeilen wir uns mal lieber so schnell wie möglich. Gibt es hier irgendwas? Ne, hier ist nichts. Okay. Ah, so... Könnten Sie natürlich anleiten. Sie versucht es und da sind die Bathrooms. Okay, da ist... Ja, hatte ich mir schon gedacht, dass der nicht einfach so rumhängt. Ja, so schlimm sieht er jetzt auch nicht aus. Ja, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, so suche ich auch immer. Ich gucke nicht in die Schubladen rein. Ah, warte mal. Was gibt es hier drin? Jetzt, äh, bleib mal hier. Fokussier. So, da ist auch nichts. Wo könnte denn... Vielleicht wirklich hier... Achso, wir kommen da gar nicht rein. Ich dachte, wir können da auch rein. Okay, da oben ist nix. Ist auch nix. Sie vielleicht... Nee, da ist auch nix. Okay, dann schauen wir hier nochmal rein. Ja. 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 Okay, Warren. You busy? Just Bubblehearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise, Stat. Without naming names, if somebody had access to the Art and Science Labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, Science Guy. Uh, no, 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 stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. This sucks ass! Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? Hmm. I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Okay. Was brauchen wir? Wir brauchen... Zucker, eine Dose Cola, ein wenig Panzerband und Sodiumchlorat. Und wir nehmen... Wir schmeißen Zucker in eine Dose. Dann das Natriumchlorat. Ach, wir bauen... Okay. Solltet ihr diese Anleitung wirklich... Einfach hier so abzeichnen? Also zeigen? Zeigen? Gut, wir besorgen uns mal alles, was wir brauchen. Warren ist such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Ja, was haben wir denn hier? Da haben wir nichts. Kommen wir hier hin? Nee. Achso, wir müssen ja wahrscheinlich ins Dings... Ich dachte, dass wir den Zucker vielleicht in der Küche oder sowas holen müssen. Wir holen uns erstmal eine Dose Cola. Ja. Das war ja wohl das schlimmste Wortwitz ever. So, die Dose haben wir schon mal. Wir brauchen nur Zucker. Und Sodiumchlorat. Achso, warte, kommen wir hier rein? Ah, da ist ja gleich Zucker. Äh... Max? Konzentrier dich. Konzentrier dich. Oh, Zucker. So... You're halfway home, Max. Was ist das denn? Only a B-? Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely passing science. Ja, aber wenn... Ich habe nie gesagt, dass sie großartig waren, Troll. Ich bin da nicht... Die sind auf Kleber oder so. Viel witzig. So, Science Book. Wenn wir uns das angucken. Sodiumchlorat ist... ... ein Weedkiller. Ah, okay. Vielleicht finden wir es dann irgendwo... Ah, müssen wir vielleicht zurück zu den Mädchenschlafsälen. Und da... Ah, Chemistry Stuff. Ja, das ist... You're an Artists, dammit. Not a Scientist. But this is so not Sodiumchlorate. Ah. Here's the Sodiumchlorate Box. Äh... You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Here. Endlich mach ein vernünftiger Gedanke. So, das ist gut. Was brauchen wir... Only one more ingredient left. Richtig. Und ich hab keine Ahnung was... Äh... Warren, wo bist du? Da bist du. Was brauchen wir noch? Was war das vierte? Ach, Panzerband. So... Haben wir hier irgendwo Panzerband? Vielleicht... Der gute Mr. Jefferson. Bei der Kunst kommen wir auch. Ja, das stimmt allerdings. Ähm... Schauen wir mal, ob hier vielleicht irgendwo was rumliegt. Da haben wir's. Panzerband. Sehr schön. Ja. Hoffentlich... Sprengt sich Max nicht in die Luft dabei. So, damit haben wir nämlich jetzt das, was wir brauchen. Äh... Was war das denn hier? Auf jeden Fall. Alles andere wäre auch echt tragisch. So. Dann beeilen wir uns mal. Bestimmt hat Chloe das jetzt schon alles kaputt gemacht. So, wir bauen eine Rohrbombe. Geh es leicht an die Tür, Chloe. Lass uns das erst mal versuchen. Boom! Literal. Ja! Time to blow shit up. If you'll light the candle. This is so cool. Get ready to haul ass. Das fällt nicht aus. Oh man. Das... war so fucking cool. Oh, wir sind tot. Hier kommt das ganze Arcadia Bay Feuer- und Polisdepartement. Äh... So was sollen wir tun? Ja... So schnell wie möglich Infos und dann raus hier. Oder könnte ich... Warte... Vielleicht können wir das irgendwie noch... ein wenig dämpfen. so wir haben... Ach ja, ich bin ja jetzt hier drin. Können wir die denn jetzt von innen aufmachen? Ja... 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 Jetzt... find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy Thor crap. He must want everybody to know he has money. But no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be a blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Ja, mal schauen, was wir hier noch finden können. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. Ja... Das sind meistens die hässlichsten Sesse. So... Die hässlichsten Schüle sind meistens die bequemsten. Warte, können wir hier mal Licht anmachen? Oh, Warren? Und, hast du schon... Das Schloss aufgesprengt? Ich wollte doch nur sehen, ob du deine... Ob du dich mit exklusiven Material auskennst und... Um deine wunderschönen Zeichnungen zu sehen. Und zwar diese hier. Die... Okay, immer noch besser aussehen als meine. So. Was haben wir hier? Hui! Wer möchte, darf hier gerne einmal kurz auf Pause drücken. Ähm... Ich überflieg das einmal kurz. Ähm... Die Schwester... Also die Schulschwester... Hatte mit Kate gesprochen. Äh... Sie hat aber nichts aus ihr rausbekommen. Mhm... Okay... Also nichts Neues. Wie? Brauchst du Licht oder was? So, was haben wir denn hier noch? Ah... Okay... Was ist das? Was ist das? Eine gute Schnaps? Okay... Hier vielleicht... Oh, warte... Hm... War überall beliebt. Und sie ist nicht mehr aufgetaucht. Und sie war eine hervorragende Schülerin. Hm... 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 Okay... Und das Verfahren wurde eingestellt. Also nicht das Verfahren, sondern die Suche wurde eingestellt. Das hat nämlich Lieutenant Chris Rossi von der Arcadia Bay... äh von dem Arcadia Bay Police Department geschrieben. Let's nab this last file, Sherlock. Was haben wir hier? Weird. This asshole has a spotless record. Ja... War ja klar. Da wird natürlich nichts eingetragen, was nicht ähm... Was nicht in irgendeiner Form und Weise positiv ist. Ähm... Hat für... Die Obdachlosenhilfe gearbeitet. Ja... Ist sehr beliebt und ist... Ein Repräsentant von Blackville, auf den man nur stolz sein kann. Ja. Ich denke, wir haben alles in hier gefunden. Ich sollte jetzt mit Chloe gehen. Ja, vielleicht... Oh, warte, was ist das hier? Also, Nathan Prescotts Vater ist auch ein Bully. Schocker. Mhm... Ja, Foddy hat sich jetzt gemeldet und ist nicht so nett drauf im Moment und will jetzt eine öffentliche Entschuldigung und dass Nathan wieder die Schule besuchen darf. Okay, und die Party am Donnerstag sollte abgeblasen werden, aber... Der Vater von Nathan hatte was dagegen. Das ist natürlich auch interessant zu wissen. Was haben wir hier noch? Ähm... Ach, das war diese Petition, die wir nicht, äh... unterschrieben haben, ne? Ähm... Ach, das ging um die Privatsphäre und die Installation von Kameras auf dem Gelände der Blackwell... ...Schule. Äh... Mist. Das hätten wir ja verändern können. Nö, würde ich mir zwar nicht hinstellen, aber... Wer will? Warum nicht? Ich habe einen großen Banken für einen Nachdenkunden, den Rappen zu verraten. Sieht wie ein Rappen. Schade, kraftwerke, kraftwerke, kraftwerke. Aber ich wurde... Ich habe... Na, dass Nathan endlich gespelt. Schau mal die Noten. Schau mal die Noten. Schau mal die Schreie. Es ist ein bisschen verrückter Schreie. Es ist kein Schreie. Schreie. Rachel in the darkroom Rachel in the darkroom Over and over That's it That's fucked up What does this even mean? Nathan is truly psychotic I know he has something to do with Rachel missing Whoa, listen to this David M. always asks what's going on in my head David M. always helps me follow those he follows That's pretty cryptic No, it sounds like they formed some sort of weird team The super hebros Jesus David was stalking Kate Hassling me And now we know he was all over Rachel too Oh, we are so going into his garage files Plus I'm getting a little paranoid in here We got our info, let's bail But maybe we shouldn't leave without a gift No, you are not taking the cozy chair Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind Because I tried to steal the chair Shit, I'm confused It's the powers of best friendship I know how you roll We should definitely get out of here We pressed our luck enough Hello, what have we here? Holy shit Jackpot Cha-ching Wow, sir That's a lot for the handicapped fund Dude, there's $5,000 here I could pay Frank back tonight This will chill him out after our knife showdown yesterday Are you going to make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse choking wad of cash But yes, moral max is right again I guess Let's get the hell out of this office morgue I know that money would have helped Chloe and me Hmm, that light is automatically gone out of this office Yeah, of course it would be, but That impish look scares me Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week You didn't let me take that money to pay off Frank So if he pops a cap in my skull At least allow me to have a little carefree fund for a few minutes Splish splash? You're right We hella deserve it Splish splash Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you Aber ob das jetzt die wichtigste, äh, wichtigste Entscheidung ist Jetzt nochmal schwimmen gehen? Und überall ist ein Kronerwälder Okay, dann, äh, schauen wir uns doch mal hier um erstmal Oh, Poster Und ein, äh, Werbung Da wurde eine Tasche gestohlen und Was haben wir hier? I actually don't have the time to investigate this caper Swimgoggles sind verloren worden Und, ja, okay, dann reden wir mal mit Boys or Girls? Ähm Naja, guck mal in den Spiegel, ne? Oder ist das jetzt eine mehr existenzielle Frage? Äh Naja, wir nehmen die Mädchen umkleide Girls, of course Girls? Ooh la la Let me check to see if the pool's heated Ja, ich glaube, das wurde von ihr missverstanden Oh, Victorious So, Victoria's secret is Selfies Go fuck your No Jefferson said Don't confuse art with the artist These are cool shots Ja, das sollte man vielleicht beherzen